Hallo Taibo, herzlich willkommen zurück in Berlin. Wie geht's dir? Ja, gut und ja, danke. Mir geht's auch gut. Schön, dich wieder hier zu haben. Taibo, erzähl mal, wie war's beim Afrika-Cup? Ja, es war eine gute Erfahrung. Wir haben nicht erwartet, dass wir in der Runde 16 verlieren, aber manchmal ist es gut. Und wie ist es jetzt wieder im kalten Deutschland zu sein? Natürlich ist es gut. Es ist viel anders aus Afrika, aber ich bin da viele Mal, ich bin da sicher. Sind Sie froh, dass du wieder in Berlin und bei der Team bist? Ja, natürlich. Ich liebe es hier. Es ist gut, dass wir wieder mit den Leuten zurückkommen. Und hoffentlich weitergehen wir von wo wir starten. Wie weit seid ihr mit der Vorbereitung für den nächsten Gegner Augsburg? Ja, ich denke, das letzte Spiel war so gut. Wir müssen einfach weitergehen und fokussieren uns auf dem Spiel in Augsburg. Es wird nicht einfach sein, aber ich denke, wir gehen da für den Punkt. Taibo, danke schön. Ja, danke.